Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Nach starkem Protesten, dass nicht nur die Mutter eine dunkle Seite hat, dass es ein Skandal ist, diese dunkle Seite zu benennen. Nun auch die dunkle Seite des Vaters. Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Also, ja, wir haben sowohl, das habe ich in dem Video auch schon mehrfach betont, ist bei einigen Frauen nicht angekommen. Ich habe auch immer wieder auf den Vater Bezug genommen. Jetzt wird die Gerechtigkeit wieder hergestellt. Ja, die dunkle Seite des Vaters. Das hat viel mit dem Männlichen an sich natürlich zu tun, auch wie es heute, auch heute ist besonders. Als erstes möchte ich mal sagen, wie wir das kennen von Kronos oder Saturn, die dunkle Seite ist natürlich vor allen Dingen die Seite, wo Gewalt ausgeübt wird gegenüber Schwachen in der Familie, sprich Kinder und die Frau. Das ist natürlich die rein physische Gewalt erstmal, was in die klassische männliche Domäne fällt. Wobei ich auch hier wieder gleich sagen muss, um die Männer ein wenig in Schutz zu nehmen, hier ist es auch so, dass es natürlich auch Gewalt von Frauen, Stichwort Müttern gibt, und nicht nur gegen Kinder, sondern auch gegen ihre Männer. Ja, haben wir auch schon mehrfach in Beratungen gesehen und ich kann mich gut an verschiedene Sitzungen früher erinnern, wo das auch in verschiedenen Institutionen immer wieder mal themaweise sein. Ein viel größeres Tabuthema als umgekehrt. Ist auch noch ein Tabuthema, die Gewalt von Männern gegen Frauen, aber zunehmend weniger. Aber Männer werden natürlich, Männer werden ja auch Opfer von Vergewaltigungen, Vergewaltigungen, auch durch Frauen. Ist auch ein riesen Tabuthema, weil das noch für Männer natürlich noch schambesetzter ist, oftmals als für Frauen. Gut, also das nochmal dazu. Aber klar, wenn ein Mann zur Gewalt neigt, dann ist natürlich alleine aufgrund der Masse, des Körperbaus, der Muskulatur, für alle anderen Schwächeren im Umfeld, ja, einfach die Gefahr deutlich größer in der Regel, als wenn es bei einer Frau der Fall ist. Ja, alleine aufgrund der Statur. Natürlich gibt es auch eher schwächere Männer oder Männer, die dann so in die Starre gehen, dass sie nicht wehren können bei einer Frau. Das gibt es natürlich auch. Ja, das zieht sich also durch bis zu der Zeit zurück, als diese Versteppung kam, Sahrasia und die Stämme, die Jäger- und Sommerstämme dann eben aufgebrochen sind, oder die sesshaften Kulturen damals schon dann aufgebrochen sind und andere Gebiete erobert haben, als dieser patriarchale Geist entstanden ist oder sich dann eingeprägt hat, und man angefangen hat, eben diese kriegerischen Götter zu verehren. Ich würde sagen, bis dahin geht es zurück und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil auch des patriarchalen Dogmas, dass eben dieser männliche Geist dann eben halt Druck, Gewalt ausübt, über Macht eben und zur Not wird dann eben halt gesteinigt oder haben wir heute noch in manchen Kulturen einen Scheiterhaufen aufbaut oder sowas halt. Genau. Aber auch da muss man wiederum sagen, wir wissen das zum Beispiel aus Konzentrationslagern und so, da sind die Frauen auch, wenn sie die Möglichkeit hatten, das zu tun, extrem pervers daran beteiligt gewesen. Genauso wie bei den Verfolgungen hinterher, zum Beispiel im Sudetenland der Deutschen, da waren also die einheimischen Frauen, haben sich da nichts getan von den Männern. Das war also auch bestialisch, was die da gemacht haben dann mit den Deutschen, die da vertrieben wurden. Es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, die immer wieder letztendlich auch zeigen, dass diese Dinge für beide Geschlechter zutreffend sind. So, um mir nicht gleich den nächsten Shitstorm wieder von Männern einzufangen, obwohl das, glaube ich, eher nicht passieren wird. Das ist eher so ein Frauenthema, dass wenn jemand Frauen kritisiert, dass Frauen das dann nicht aussagen können, habe ich den Eindruck. Weil eine Frau ist ja immer per se das Gute. Also die Männer haben heute vor allen Dingen auch ein Thema mit natürlich dem Mannsein an sich, weil das immer unschärfer, unklarer wird, was macht ein Mann eigentlich aus. Und den Männern fehlen natürlich ganz stark auch die initiatischen Prozesse. Das fehlt Frauen anscheinend weniger, weil sie, wie die alten Kulturen häufig gesagt haben, schon von der Natur her initiiert werden, obwohl ich das auch zunehmend mehr in Frage stelle, weil diese Erdverbindung haben ja viele Frauen auch gar nicht mehr. Und das führt dann eben zu Männern, die Alternativen suchen im Sinne der Sinnerfüllung eines sinnerfüllten Lebens. Männer, die im Außen irgendwie zu Hause sind und nicht bei sich selber, die sich mit dieser Ego-Identität identifizieren oder überidentifizieren, über Status, Auto, Konsum, ja, die vielleicht auch dann nur auf das Körperliche fixiert sind, auf den Intellekt fixiert sind und die Emotionen komplett abgeschnitten haben. Und die für diese feineren Dinge des Lebens, die dafür keinen Zugang haben einfach, die alles verlachen, was irgendwie nicht ganz in ihre vielleicht linear-kausale Denke, in ihr naturwissenschaftliches Weltbild etc. reinpasst, die also im Grunde am Sinn des Lebens quasi vorbeirauschen und dabei noch eine Pulle Sekt aufmachen oder Bier oder was auch immer und sich das reinschütten. Ja, die einfach irgendwie ein stumpfes Leben führen. Ja, das ist auch eine dunkle Seite, weil viele Männer kompensieren diese innere Leere, diesen hohen Resonanzraum, ja, mit Alkohol oder eben mit extremen Sport. Also das sind dann eben die Menschen, die dann ihren Kindern eben vorleben, du bist nur gut, wenn du was leistest, sonst kriegst du hier keine Anerkennung. So, und da findet also auch ein enormer emotionaler Missbrauch statt. Und das hat natürlich dann auch wieder viel mit dem Thema zu tun, wie man als Mann dann in der Partnerschaft ist. Ob man eben auch auf diesen weichen Ebenen einen Zugang zur Partnerin oder zu seinem Partner kriegen kann. Ja, also das ist ja, ja, das ist ja da auch ein großes Thema in der Beziehung häufig, habe ich den Eindruck. Und viele Männer haben auch dahingehend ein Thema, das sprach Jung schon an, vom ewigen Jüngling, also die nie in so ein Standing reinkommen, für sich als Mann einen Raum in Besitz zu nehmen und da den Raum auszufüllen, zu tragen, zu halten, den Raum. Und das suchen ja viele Frauen oder Partner, also die Lebenspartner des Mannes suchen das ja. Und die Lebenspartnerinnen, ja, diesen Raum, der gehalten wird, auch wenn es mal emotional wird oder tief gehen wird oder eng wird. Und wenn der Mann aber dann eben, ja, wie soll ich sagen, nicht da ist oder weg geht, weil er mit den Emotionen nicht umgehen kann oder mit diesen tieferen Seinsqualitäten, dann ist das ein bisschen so wie bei einer Riegelbiswand, wo man reinbohrt und dahinter ist ein Hohlraum, so irgendwie, und dann rutscht der Bohrer so durch. Und da haben Frauen, glaube ich, ein ganz instinktives Gefühl für, das zu tun und zu testen. Und oftmals erleben sie das dann so. Und dann wird es eben eng. Also dann kommt es häufig auch zu Konflikten, die vielleicht gar nicht notwendig wären, wenn der Mann mehr standhaft wäre, nicht im sexuellen Sinne, sondern eher im emotionalen, im seelischen Sinne. Und das suchen viele Frauen eben, dass sie dann einen Resonanzkörper spüren und der ist dann einfach nicht da. Und das bringt natürlich auch enorme Spannung in die Beziehung und dann hinterher vielleicht auch in das Thema Schwangerschaft oder so, nach der Geburt dann auch mit den Kindern. Das wird dann mit den Kindern häufig ausgelebt. Ja, und wenn der Mann eben in diesem Modus des ewigen Jünglings ist und sich nicht quasi daraus bewegt, dann fahren solche Beziehungen ja häufig auch dann vor die Wand. Hat natürlich auch andere Gründe. Die sind auch wieder auf der Seite der Frauen an zum Teil, auch eben zu sehen und zu suchen. Natürlich ist es immer eine Mischung von beiden, aber man kann auch immer mal so Schwerpunkte dabei, denke ich, sehen und setzen. Ja, und der Mann hat also quasi in den alten Kulturen ja häufig eben die Rolle, dass er dann auch die Kinder später von der Mutter wegbringt, vor allem die jungen Männer, und in die Welt führt. Also aus diesem sicheren Uterus, quasi der mütterlichen Sphäre, raus in die Welt bringen die Kinder. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, weil er sich selber zum Beispiel vor der Grausamkeit der Welt fürchtet, oder ja, weil er eben selber nicht das Gefühl hat, er ist Mann geworden, sondern eben Jüngling geblieben, der Rundumversorgung von was auch immer, dann fällt er da raus, dann ist er nicht da, also als eben dieser Resonanzkörper und für die Kinder. Und das ist natürlich fatal, das erzeugt quasi so einen Staffellauf nachher, wo das dann von einer Generation auch an die nächste so weitergereicht wird. Genau wie das natürlich bei so einer Gewalt oder bei so schlechten Notfallstrategien wie Alkoholkonsum oder Extremleistungssport oder Workoholismus gehört da ja auch zu, auch der Fall wäre. Genau, das heißt also, es wäre, glaube ich, ganz wichtig, dass viele Männer wieder mehr anfangen würden, auch in Kontakt zu kommen mit ihrer Herzebene, mit ihrem Spüren, mit ihrem Gefühl, auch mit den feinen Dimensionen ihres Seins und ihres Lebens. und dass sie das auch tun könnten oder würden, unabhängig von dem, was die Frauen von ihnen denken. Das machen Männer ja mittlerweile immer mehr auch, dass sie sich ausschließlich daran orientieren, was Frauen von ihnen denken und wollen. Und die Medien suggerieren das ja auch häufig. Und das ist auch ein Gefühl, also ist mein Gefühl, dass es in eine Sackgasse reinführt, weil instinktiv suchen die Frauen ja doch den Typen, der irgendwie für sich hinsteht und sagt, so was er will, wer er ist. Sie suchen eben diesen Gegenpol auch und wenn der Mann aber immer mehr verweichlicht oder verweiblicht, dann ist da keine Resonanz da in dem Sinne. Und das ist auch nicht nur bei heterosexuellen Paaren so, sondern homosexuelle Paare haben das Thema ja auch, dass sie entsprechend irgendwie einen Gegenpol suchen, weil sie sich selber mit dem einen Pol und identifizieren und dann jemanden ersuchen, der nicht den gleichen Pol verkörpert, sondern eher die andere Seite. Ja, also, ich glaube, es geht summa summarum darum, ein Stück weit die eigenen Wunden anzuschauen, sie ja auch aufzuarbeiten, den Schmerz zuzulassen, die Emotionen zuzulassen und die, auch die ganzen Überaktivierungen, die dann im Nervensystem und so weiter dann raus resultieren, die auch zu integrieren und ja, und vielleicht auch zu schauen, was ist mit meinen Vorfahren passiert und so weiter, weswegen ich dann jetzt so eine epigenetische Struktur in mir habe und ständig abfahre. Und wenn Männer das eben nicht tun und dann eben Kinder kriegen, dann hat das natürlich, dann geben sie ganz viele von diesen verschatteten Aspekten, von diesen destruktiven Aspekten eben auch an die nächste Generation natürlich weiter. Das ist ja immer so. Es läuft meistens durch den Filter, aber es wird dann natürlich entsprechend weitergereicht. Es wird sowieso immer was weitergereicht, aber grundsätzlich ist es so, dass man auch was tun kann als Mann und auch daran arbeiten kann. Das ist auch das, ein Teil, was ich hier mache in der Intensivarbeit, dass man sich auch die destruktiven Aspekte der eigenen Eltern anschaut, die ja in einem Fortleben und ja, die Kinder tragen ja diese Teile auch in sich weiter und darum geht es ja, worüber ich hier rede, auch vor allen Dingen für mich immer, weil ich meistens die Endprodukte hier habe, also in Anführungsstrichen nicht die Täter, sondern die Endprodukte, wo man dann hinschauen kann, was wurde denn da weitergegeben und bin ich das überhaupt selbst? Also oftmals hinterfragt man das ja gar nicht. Man nimmt das einfach an, schluckt das runter und ist das dann. Also, in diesem Sinne, einen guten Weg, allen Männern dort draußen, allen Vätern und viel Mut, viel Kraft, viel Selbstvertrauen im Sinne von Selbsteinfühlung und ein Spürung und Selbstbewusstsein. Wünscht Jörg Vohrmann vom Freirauminstitut am Bodensee. Tschüss.